Nee, ich mein, Ampyr direkt. Ah, was ist Ampyr? Achso, Ampyr? Was ist denn Ampyr? Weg da! Das sei ein schlechter Clubfahrer! Ja, jetzt ist mein Auto kaputt, glaube ich. Ich ruf mal meine Versicherung an. Ich glaube, dass mein Auto ist kaputt. Ich glaube, ich sollte auftauchen. Ich sinke. Boah, 6,5, ey. Der hat ganz schön gekostet, der Spaß gerade. Scheiße. Alter, was denn da passiert? Oh, da haben wir hier liegen. Oh, jetzt schießen wir schon mit Raketen, ey. Ja, ich hab nur noch jemanden geschlagen. Was, wieso? Ja, was denn? Der muss nur noch vorliegen. Was, fehlt jemand mit der Waffe? Ja, was denn? Ja, war gut. Ja, kommt da runter. Hubschrauber, da ist so schräg hinter uns. Die seien sich ab. Ja. Oh, dann wird's kritisch gerade. Bestrug für 3. Ich hab schon 5. Ich bin 5, ja. Ich hab schon 4. Keine Sorge, da kommt noch mehr Hubschrauber. So ein paar, ja. Geiler Teil. Helikopterstütze ab. Jawoll. Ist die Panzerfahrung rosa? Ja. Scheiße. Wobei, sie ist nicht rosa, sondern sie ist pink. Ist ein Unterschied. Tag und Nacht. Nein! Alter! Was macht ihr hier? Ich schieß da, dann läuft der vor mich und dann haue ich mich auf die 12. Hat er mir voll vor das Fressbrett gehauen, ey. Aber du lebst noch, oder? Ne, ne, ich bin gestorben, aber ich, äh... Oh, ne. Ne. Ah, jetzt bin ich in den Rennen reingelaufen. Ich fahr schnell Munition hören. Dann bin ich wieder am Start. Ich seh die ganze Zeit das Sword hier. Ich fahr einfach raus. Au! Äh... Ne, Wasser sind... Ja. Mir fehlt noch Fahndungslevel. Ich hab... Äh... Ich hab vier. Ich auch. Ja, dann baller mal los hier. Baller mal los. Ich bin schon dabei. Wer schießt denn hier auf mich? Geh weg. Nicht gut durchdacht der Polizei jetzt dazu, wie die da fahren. Könnte Deutsch sein. Boah, ich will ja nix sagen. Ich brauch unbedingt, äh... Boah, sorry. Boah, jetzt hat er den nächsten kaputt gemacht, oder was? Ja, ich baller hier runter und die rennen hier alle immer wieder vor die Flinte. Ja, ja. Ja, ja. Alle, alle aus Versehen rennen wir vor die Flinte. Ist klar. Oh fuck. Jawoll. Jawoll. Jawoll, ich bin unterwegs. Boah, Jungs, ihr müsst doch noch ein bisschen durchhalten. Ich, äh... Hol mir schnell meine Haftbomben und dann jage ich da das Ganze... Ey, weißt du, was ich jetzt mal mache? Duft und Unterstützung anfordern. Stimmt. Das hätt ich auch machen können. Die ganze Scheiße hier. Jetzt kann ich das Ganze davon ausnutzen. Haftbomben-Alarm. Jawoll. Warte. Ich darf da nicht zu hart reincrashen. Das... Das machen nämlich kaputt. Boah. Da, woher drüben ist. Sollt'n rufen. Kommt ihr Söldner? Ich frag ne, da kann ich nur euch rufen. Das ist ja geil. Oh, ich habe ja noch eine Granate. Da vorne wieder ein paar Autos. Nee. Brutzi kommt gerade nicht gedüst. Kommt einer. You're fucking dead. Und rasen. Oh, Alter. Fahren die mich einfach tot, die Geschwister. Das war Brutzi's Auto. Ey. Manu. Da kam irgendwoher eine Rakete. Nee, mein Auto ist ganz. Alles gut. Oh, Alter. Was ist da auch immer los? Incoming. Was? Scheiße. Die brennen ja richtig. Ist das geil. Quitsch. Wie mit was vom Autokomps? So ein scheiß Quad, ey. Ach nee, das ist einer von uns. Nee, ist es nicht. Kill him. Kill him. Der wollte bis zum Polizeimissionen machen. Der wollte uns den Kohl angreifen, wenn wir uns auf den Kopf fällt. Ich breite. Oh, guck mal. Ah, ah, ganz klipp, cool. Ah, ah, ah. Nein, mein Fahrzeug wurde zerstört. Boah, ich bin tot. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Wer hat mich da niedergeschlagen? Oh, quitschi. Du assi. Du assi. Aus versehen. Äh, aus versehen. Ja, man. Gucken, was die für einen tun können. Oh, alter. Das ist ja gefährlich, wenn du hier einfach stehst. Ich bin auch hier, Bruzi. Alter, das brennt ja echt. Mariela, das Air-Team ist auf ihren Weg. Alter, wenn ich die nach einer reinfahren bin, das ist so mega. Alter, ich habe 22. Oh, 22. Dammit, over me. Get the cover, son. Close the perimeter. Boah. Ich wollte mir gerade hier das Spot-Auto klauen, auf einmal fliegt der Eis in die Luft. Mega geil, ey. So, macht's gut, ihr Trottel. Homos. So, und jetzt mache ich mal Abholung per Boot. Will ich jetzt probieren. Ja, und dann? Kicken die das hin, mich hier rauszuholen. Der Wichser hat dich angeschossen und ich hatte bei dir aber C4 dran gebaut. Mega. Alter, gehst du in Ammonation und schaust in eine Pumpgun und was macht der Typ? Druckt ab. Oh, scheiße. Boah, mega. Hast du das gesehen? Geworfen, explodieren lassen, war geil, ey. Ey, überall Boote. Da vorne explodiert's, da muss ich hin. Das bin ich. Ich weiß, ich sterb. So, macht mal die Bahn frei da vorne. Ja, ich bin tot. Da, fuck. Bahn frei, ich komme. Oh, 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 oh. Ich hab mir grad mal die Mega-Idee. Ich hab grad mal ein Spiel in deinem Internet. Reisen und Transport. Alter, gewinnt die dritte auf irgendwelche Bullen ein. Ja, man, der kam angeraten, da hab ich erst mal ausgedockt. Ja, man, richtig so. Ich muss nicht immer ne Waffe sein. Einfach mal schön in die Fresse rein. Wie man einfach jedem ne Faust mitgibt. Einfach alle Umschläge hat. Das ist so mega, ey. Ist halt nicht gut für das Geld, aber... Mei, drauf geschissen. Eben, da machen wir dann morgen einen Job oder so, und dann ist es wieder gut. Ja. Jetzt ist hier aber grad so ein bisschen eingeschlafen, ne? Hallo! Wieso explodiert da was? Weil ich dir eine Barfbombe hinterher werfe. Wir könnten ja auch mal so einen stinknormalen Tag in GTA verbringen, ja? So mit spazieren gehen, Leuten auf die Fresse hauen. Wir gehen raus zum Pier, alles klar. Ich nehm den Racketswerfer mit. Alter, Shadow, es war knapp. Warst du das? Ne. Das war ein NPC, aber trotzdem war es knapp. Das ist mir egal, ich will die Karre haben. Woher weißt du, dass das knapp war? Verfolgst du mich? Weil ich es gesehen hab. Ne, Critchy, du musst woanders hin. Wie ich denn auf mich aus? Wow! Alter, was? Ja, wie wär's noch mit Critchy, wie Assis? Mit was? Ja, du musst mit Luz irgendwo hin. Ja, schön, diese Beine weggefahren hier. Alter. Alter.